So, neues Spiel, neues Glück. Jetzt steckt da wieder alles vorne und hinten nicht. Zwei Stück. Boah, das bringt leider nicht sehr viel. Zur Abwechslung mal was anstellen. Nö. Nö, sagt er. Einer. Auch nicht besser. So viel zum Thema Power Spins. Ich bin Mannix. Und hier bin ich in der Ozean. Einer Weinsatz. Einer. Komm schon, rück 5 raus. So wird das nischt. Niedliche Runde. Letzte Chance. Drei. Auch nur drei. Zarte 21. Und eine Runde Lucky Lady 6. Zwei Euro Einsatz. Das ist schon mal ein Anfang. Drei. 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 1 Zauber noch 3 bei 141 und 80 Cent und hier eine Runde Freispiele 2 Euro Einsatz So, that's... So, that's... So, that's... So, that's... So, that's... Na, macht er nicht, schade, allem mal nichts und dann gibt es hier mal 8 Freispiele, schauen wir uns mal an. Ach, jemini, 16. und die Nummer 8 so schnell ist schon wieder Feierabend so eine Runde Weinverkauf Bonus Eieieieiei Na so kann man es verkaufen Na super, was für eine Ausbeute 57 50 Und dann gibt es hier eine Runde 1 Euro Einsatz 30 30 30 30 30 40 und jetzt haben wir noch und heute drehen wir mal hier eine runde na Ja, ist so klar. Ja, ist so klar. Auch nicht, packen wir mal eine Schippe drauf. Na komm Mensch, drei Grüne wären auch schon gut gewesen in der Mitte. Na, du aber. So, und jetzt voll machen. Na, macht er nicht voll. Schade. Dann sind es 60. Boah, nicht wieder den Zellen. So, dann wechseln wir mal das Spiel. Und es ist mal wieder Zeit für eine Runde Centaurus. Los geht's. So. 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 Stimmt ja auch nicht. Wahnsinn. Es ist ja nicht wahr. Da klingelt er. Es gibt doch tatsächlich ein Action-Game. Oh, zwei. Versenkt. Tja, einmal nichts würde ich mal sagen. Und dann ist mal wieder Zeit für eine Runde Sizzling Schrott. Mal gucken, ob es heute 5,7 denn gibt es hier. Ah, da sind schon vier. Ui. Pflaume. He. 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 Fünfer wollen wir sehen, nichts anderes. Von mir aus auch die Kirsche. Ey, das ist doch schon wieder eine üble Geschichte hier. So schnell ist mein Ab und Jud weg hier. Ist ja bitter. Entschuldigung. oh es war ein bisschen mehr wild hier mann der lässt sich ja wieder ordentlich krachen hier na wahnsinn und heute war eine runde book of rar 6 3 10 hängt auch ein tiefer. Haufen wir Döns um die Bücher, aber der Forscher kommt nicht. Tja, niedlich. So, dann haben wir hier noch 10 Freispiele, eins ist schon weg. Bild vom ersten, 10 dazu. Wanns an der Bücher? 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 Ja. Wanns an der Bücher! 1. 3. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 10. 11. 13. 15. 15. 16. 22. 19. 20. 20. 20. 20. Oh no! 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 ... Untertitelung. BR 2018 Na, das war ja wieder fantastisch. Zarte 25. Und dann gucken wir mal hier eine Runde rein. 2,50 Euro. Hier haben wir einen Zug. Oh, 7 mit bei. Schön. Gut. Nähen wir mal. 1,50 Euro. 2,50 Euro. 1,50 Euro. 1,50 Euro. 1,50 Euro. Na, kriegen wir noch was anstellen jetzt hier? Oder wird das schon wieder? Bleibt hoch zu gut. Aha. Jawohl. Und dann haben wir am Sack. Jawohl. Geil. 300 Flocken. Sehr schön. Oh, das dauert schon mal ganz schön knapp. Ne, das hat 60 nur noch mal. Da gibt's ja hier die Kohlen. Sehr schön, oder? Ohrzahlen. Und dann gibt's hier mal eine Runde Freispiele. Leider ein bisschen wenig wild. Und dann geht's. Boah, schon der zweite. Schöner. Schöner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt ist es noch der Mama Kassensturz 103 Na ja Und heute drehen wir mal hier eine Hunde Los geht's. Los geht's. Das war dann wohl wieder mal für die Katz. Einmal nix. Das war dann wohl wieder mal für die Katz. Das war dann wohl wieder mal für die Katz. Das war dann wohl wieder mal für die Katz.